so der bastelzeit und heute sind wir mal wieder hier bei meinem ja nicht mehr ganz 3d drucker wenn ihr das letzte video nicht gesehen habt dann noch mal kurze zusammenfassung dass hier das war oder ist immer noch ein 3d drucker im prinzip ein ctc i3 klon und beim letzten mal bin ich hingegangen habe einfach ein stift dran gemacht und ein bisschen mit gcode rumgespielt so dass das ding jetzt plötzlich grafiken zeichnen kann also quasi ein kleiner stift plotter aber ich habe auch beim letzten mal schon gesagt das ist nicht das was ich eigentlich haben möchte sondern mir geht es eher um das hier platine grund ist relativ einfach ich mache viele platinen designs und sehr viele davon die sind recht klein bei den meisten von diesen bordfabriken wo man solche pcbs bestellen kann da gibt es aber so eine größe bis dahin bleibt der preis gleich das heißt also egal ob ich ein ganz kleines bord mache oder ein bord mit was weiß ich sagen wir mal 10 x 10 cm ist der gleiche preis das heißt wenn ich jetzt wie zum beispiel hier auf dem bild hingehe und mehrere platinen auf ein großes panel mache die nicht gefräst sind oder irgendwas dann kostet mich hier das board mit entsprechend hier sieben platinen genauso viel wie eine platine das problem ist nur naja die sind jetzt halt noch zusammen das heißt die muss ich irgendwie auseinander kriegen ich hatte dann mal probiert wie wir hier sehen können mit so drehmel und so diesen runden scheiben bis in 3d druck dran und mir sagt quasi eine mini hat nicht kreissäge sondern mehr so miniatur frästisch zu bauen allerdings er hat nicht wirklich funktioniert die scheiben sind glaube ich nicht wirklich dafür gedacht hier durch fieberglas material und nichts anderes ist das innenleben von so platinen da durch zu fräsen zangen ist natürlich auch schlecht weil da hat man halt nicht einen sauberen schnitt sondern man hat auch noch kräfte die irgendwie so seitlich wirken und das führt dann zu hier so was schönem das geht auseinander aber meistens nicht an den stellen wo man es haben möchte von daher das fällt wohl raus bleibt dann die übliche methode das ganze zu sägen funktioniert natürlich aber so sägen das ist natürlich relativ zeitaufwendig je nachdem wie viele schnitte man machen muss und was man auch nicht vergessen sollte naja gerade zu sägen ist jetzt auch nicht ganz so einfach ich meine hier bei den platinen geht es noch so halbwegs aber ich habe schon schönere schnitte gesehen so das heißt ich habe jetzt hier meinen stift plotter und ich möchte damit dinge zerlegen die sache ist ich möchte das jetzt zusammenbauen und erst mal gucken ob ich mit dem zeug weiter komme was ich hier rumliegen habe und ja das erste was wir brauchen ist natürlich irgendwas womit wir die platinen da auseinander bekommen so also mal in die bastelkiste geguckt und der stift kommen natürlich nicht weiter ich habe aber noch das ding hier gefunden das ist auch so ein kleines mini rotation tool gedönse war mal akku betrieben aber die nickel cadmium akkus haben mir das übel genommen dass ich da ein bisschen mehr strom drauf gegeben habe irgendwann mal aber prinzipiell die cadmium akkus sind schon lange raus das ding funktioniert wenn man das netzteil dran steckt oder das ding irgendwie mit strom versorgt was die stromversorgung angeht momentan ist da nicht wirklich was vorgesehen prinzipiell klar man kann das direkt von dem bord vom 3d druck auch ein und ausschalten den motor aber dann müsste ich jetzt irgendwie mit spannungen rum experimentieren das ding ist glaube ich für sechs volt ausgelegt ich habe jetzt einfach ein mobiles netzteil geholt das hingestellt und der sorgt dafür dass der motor dann jetzt erstmal dreht und damit können wir das ding auch benutzen also haben wir schon mal ein motor der dreht fehlt noch für unten dran etwas schön wäre es natürlich gewesen irgendwie in den fräser zu haben das heißt entweder hier so ein ich glaube stichel heißen die dinger das ist wirklich für feine sachen zu machen wenn es darum geht platinen auseinander zu nehmen ist glaube ich hier so was besser sieht zwar im ersten moment aus so ein bisschen wie ein bohrer allerdings der kann halt auch seitlich wegfräsen und das ist ja das was wir haben wollen wollen seitlich die platine weg haben so wie gesagt das sind die sachen die man haben möchte als ich mit dem projekt angefangen habe hatte ich die aber nun mal noch nicht also naja originalzubehör habe ich dieses teil hier gefunden ich glaube nicht dass es dafür gedacht ist eine platine zu fräsen wird wahrscheinlich sehr schnell sehr stumpf werden aber mal gucken wie lange das hält und wie gut das ganze funktioniert nun muss dieses ding natürlich noch irgendwie an dem 3d drucker hier befestigt werden denn ich habe die befürchtung wie hier beim stift einfach durchstecken und hoffen dass das schon gut geht wird hier keinen geben ich habe mir dann hier so halb eine halterung gedruckt dies eigentlich für ein anderes modell aber naja es dürfte ausreichend sein habe das mit kabel bindern befestigt so dass es zumindest mal grob an ort und stelle bleibt wer jetzt schreit ja inzwischen weiß ich auch dass das nicht ausreichend ist aber glaubt mir das ist nicht das wirkliche problem kommen wir dann später zu so nur haben wir also hier unseren fräskopf der geht links rechts vorne hinten hoch runter und das ist schon mal gut aber wir müssen auch die platine irgendwie ja fräsen das heißt die platine muss einerseits gerade aufliegen und andererseits auch befestigt werden können so das ist jetzt natürlich so ein bisschen ein problem ich werde hier mit der einfachen variante gehen wir haben wir unten dieses holzbrett aber da gucken die schrauben raus das ist nicht gut kann man nicht gut eine platine drauf legen original war dann um das auszugleichen hier drauf ein glasbett aber in glas reinbohren ist vielleicht auch nicht die beste idee das heißt ich werde stupide machen ich habe hier so ein bisschen pressspan geholt habe mir angezeichnet wo entsprechend die durchspurungen sein müssen um das ding zu befestigen aber auch wo die schrauben unten drunter sind wo wir also ein bisschen aushöhlen sollten so dass da die schraubköpfe hier in diesem brett verschwinden und das heißt dann natürlich erstmal wieder eine runde heimwerken also bohrmaschine vorbereiten und dann rein mit den löchern vorzugsweise an den richtigen stellen ein bisschen die späne wegpusten na ok vielleicht nicht wegpusten funktioniert irgendwie nicht so gut mit maske aber solange am ende die löcher da sind wo sie hingehören ist das ja kein problem nur hatte ich hier aber ein regalbrett das ist natürlich nicht so berauschend es muss natürlich von der breite und so passen sonst ecken wir haben gestänge vom 3d druck am ende an ich wollte es dann erst hier gerade auf die kreissäge schmeißen weil schöner anschlag aber war ja klar der anschlag geht nicht weit genug raus das heißt ich müsste frei hand schneiden ja das bringt dann nichts das wird dann auch nicht gerade bei mir also nehmen wir die klassische methode zeichnen was halt komplett an spannen es ein und packen die stichsäge aus damit geht es dann auch auseinander ist zwar mit sicherheit nicht der gradeste schnitt aber an der stelle auch nicht wirklich ein problem solange das ding durch den drucker passt ist das alles schon okay wenn man dann gucken das brett passt hier wunderschön drauf die schraubköpfe unten drunter verschwinden und ich mache jetzt einfach hier eine unterlegscheibe hin eine schraube durch und dann wird es direkt festgeschraubt das heißt natürlich ich habe keine möglichkeit das ding gerade zu machen aber ich hoffe einfach mal dass unten dieses basisbrett gerade genug ist dass das schon hier gut geht und ich meine ich kann immer mal ein bisschen tiefer fräsen dann fräsen halt hier dieses holz rein das ist mir an der stelle relativ egal wenn wir da ein bisschen von mit erwischen tut mir das nicht weh so nächster punkt wo muss überhaupt die platine hin ich habe es mir recht einfach gemacht ich habe mal so einfach eine null punkt rausgesucht habe das ding runter gefahren und einfach mal in das brett rein so ein l reingefräst oder eine ecke so dass ich quasi sehe das ist quasi mein null punkt in die ecke sollte ich meine platine am ende machen das muss man am ende natürlich trotzdem hin und her kalibrieren keine frage aber hey dann habe ich immerhin grob etwas wo es hin soll aber wie kommt es denn jetzt überhaupt dahin auch nicht gut die platine muss ich irgendwie befestigen da gibt es viele methoden wie man das machen kann man kann irgendwie klemmen hinsetzen die die platine dann andrücken es gibt irgendwelche fancy sachen die mit unterdruck die platine halten würden hammer nicht mir gehen mit der ganz stupiden methode meine platinen haben meistens irgendwo auch bohrungen weil ich da ohnehin befestigungslöscher haben möchte oder wie hier sehen wir hier ist was von dem mosfet herunter gedrückt werden soll an der stelle wenn wir löscher haben benutzen sie auch bin also einfach hingegangen und habe eine schraube durch die platine in das brett reingedreht thema erledigt das ding hält fest und ja solange ich nicht über die schraube fräse sollte ich damit auch kein problem haben muss halt nur daran denken entsprechend den fräskopf hoch genug zu heben wenn ich darüber fahren möchte sollte passen so nun habe ich hardware und dann kommen wir zum ungemütlichen teil denn ich brauche ja auch noch software naja ich habe jetzt hier mein wunderschönes pcb und das wollen jetzt auseinander schneiden was man jetzt normalerweise macht wenn man mit so fräsen arbeitet das ist eine software gegenwerfen da gibt es zum beispiel dieses flat cam gibt allerdings ein kleines problem bei flat cam oder eher mehrere für meinen fall nummer eins wie ihr hier seht die updates sind jetzt eventuell nicht so häufig und das hat leider auch dazu geführt dass es aktuell mit linux versionen ein bisschen schwierig ist und das zweite naja das ding hier ist für einen speziellen zweck gedacht und zwar hauptsächlich hier zum beispiel isolationsfräsen das heißt ihr habt ja eben die kleineren fräswitz gesehen damit kann man dann wirklich hier so um die traces rumfräsen sich die komplette platine wirklich selber da auf so einer fräse herstellen jedenfalls wenn man eine hat die genau genug ist für das was man machen möchte und dann später natürlich auch die bohrlöscher und so weiter der arbeitet dabei mit den gerber dateien also demselben womit man auch die entsprechenden bohrthäuser da beschickt und da kann man natürlich auch sagen okay ich will jetzt nur die outline also die außen maße und die soll er bitte fräsen nur die sache ist wenn wir uns hier das ding nochmal angucken hier gibt es keine wirkliche outline ich habe ja hier wirklich nur dinge zusammen kopiert auch wenn wir hier drauf gucken das ist so das was ich dann mit zusammen gebastelt habt auf die schnelle hier gibt es halt nur eine outline außenrum alles andere hatte ich entfernt weil ich natürlich keine fräsungen wollte von entsprechenden bohrthaus also automatisch geht hier sowieso nichts und ganz ehrlich das einzige was ich will sind ein paar schnitte also hier ein runter hier rüber ein bisschen das sind dann drei vier fünf sechs sieben das sind sieben schnitte ich glaube die können wir relativ schnell zusammenfassen und per hand gerade rein zeichnen was ich dafür gemacht habe ist das ganze hier einfach als svg datei exportiert was ich ja exportiert habe das ist component copper die edge cuts dass ich auch wirklich die außen dinge habe und dann den front silkscreen weil ihr seht ich habe mir hier eingezeichnet wo ich fräsen möchte oder ursprünglich war geplant sind zu sägen aber das kann man jetzt hier fleißig als svg datei exportieren machen wir das mal rein laden wir sehen hier schon der macht das ganze blatt ist natürlich ein bisschen mehr aber passt schon und was ich hier mache das ist erstmal alles markieren gruppieren und dann die anderen einfach mit importieren dann haben wir das nämlich hier schön übereinander und was ich jetzt machen kann das kennt ihr ja ich kann jetzt einfach hier hingehen kann mir meine linien zeichnen oder pfade wo ich schneiden will und das ganze dann wie in der letzten folge hier mit der gcode erweiterung passend dann raus exportieren was ich hier noch gemacht habe das ist nicht alles eingezeichnet sondern ich habe hier so immer vorne und hinten ein bisschen stehen lassen dass mir nicht die platine da auf dem ding auseinander fällt aber das ist jedenfalls der plan danach bin ich dann mit front interface hingegangen und habe eine stelle angesteuert die gut zu finden ist in meinem fall hier oben so eine stelle wo dann was übereinander ist da kann man ja relativ gut platzieren hab dann da entsprechend mein fräskopf platziert und dann gibt es hier diesen wunderschönen befehl g92 oder rg 92 x y z damit kann man die aktuelle position wie schon gesagt festlegen und prinzipiell die svg datei ist eins zu eins das heißt wenn wir hier gucken das ding hier ist jetzt zum beispiel 9,898 mal moment das sind pixel das stimmt natürlich nicht jetzt stimmt das eher also 93,38 x 97,38 mm das stimmt dann auch was man jetzt hier machen kann ist einfach messen ich gehe jetzt einfach hin und zeichne mir hier einen punkt hin so dann können wir oben gucken der ist bei 56,69 x 23,68 ungefähr das ist also jetzt der wert in millimetern den ich hier dann hinschicken würde danach kann ich dann im prinzip mein g code hinschicken wichtig ich darf natürlich nicht am anfang vom g code irgendwie hier so bad leveling oder auto home haben das würde nicht funktionieren dann würde er den nullpunkt wieder zurücksetzen aber wenn wir direkt dann anfangen hier mit g0 und g1 zu senden wie wir das beim letzten mal hatten dann klappt das auch was den g code angeht das hier ist das was inkscape gemacht hat ich habe noch ein m211 s0 ergänzt das schaltet die software endstops ab damit kann ich dann auch problemlos ins minus fahren muss man sich natürlich klar sein dass das auch heißt dass man seine maschine beschädigen kann wenn man da unfug baut und ja was die höhe angeht ich hatte z auf null gesetzt das heißt also null ist die oberkante von meinem board gerade so drüber und wie wir jetzt hier sehen ich gehe auf 4 hoch zum fahren und in dem fall hier auf minus 0,1 mm in die tiefe wahrscheinlich wird er da noch nichts schneiden aber naja das ist jetzt erstmal die datei die habe ich laufen lassen und was ich gemacht habe ist einfach jedes mal dann hier das ganze einfach mit suchen ersetzen gemacht das geht mit sicherheit schöner aber gerade für hier so ein test ist das denke ich ausreichend mir geht es ja weniger hier darum effizient zu drucken oder zu fräsen in dem fall hier sondern mir geht es darum zu gucken ob überhaupt die hardware das mitmacht und zu gucken ob überhaupt diese ganze mechanik und ansteuerung so das tut was ich möchte ja 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 also wie wir sehen er fährt er fräst klar geschwindigkeit kann man noch optimieren aber klappt alles oder fast gucken wir nämlich hier zum beispiel mal ein bisschen genauer hin hier haben wir so eine stelle da ist tatsächlich das board durch gefräst worden so wie es geplant war aber wenn wir jetzt nochmal da lang gehen irgendwie naja die gefräste tiefe geht immer weiter hoch und wenn wir hier ganz am ende gucken das was ihr da links daneben seht das ist ein strich eigentlich selbe höhe in die andere richtung also das ist alles eher so meh und auch an anderer stelle wenn wir hinten zum beispiel gucken die linie sollte gerade sein da war keine kurve drin also wir haben drift in der höhe und wir haben drift bei der x und y achse nicht gut ebenfalls nicht gut manchmal passiert das hier er bleibt stecken und damit ist natürlich der ganze frästjob der aktuelle hinfällig was den wobble angeht naja das ist nicht wirklich verwunderlich wenn wir schauen die halterung ist ja relativ wackelig und nicht nur die halterung auch hier unten der halter wo das werkzeug drin sitzt der ist auch ja suboptimal was können wir also besser machen naja das ist eine ganze menge klar die halterung nochmal irgendwie sinnvoll bauen dass sie nicht ganz so wackelt ist auf jeden fall gesetzt aber ich glaube bei der höhe haben wir doch ein anderes problem wir haben ja keinerlei leveling einstellung oder ähnliches und ich könnte mir vorstellen dass die boards auch nicht so gerade sind da könnte man jetzt versuchen mit einem nennen wir es mal software leveling zu arbeiten dabei geht man hin und tastet dann zum beispiel an 9 punkten in der matrix das board ab guckt wo fängt das board an ist ja einfach zu machen ist ja kupfer drauf da kann man dann einfach gucken wann es leitet und dann kann der controller quasi berechnen wie krumm das board ist und kann über die z-achse sozusagen dann das nachfahren so dass die höhe oder der abstand zum eigentlichen board immer gleich ist ist eine tolle funktion die habe ich zum beispiel auch bei meinem ender 3 im einsatz aber der hat halt auch ein anderes board drin da steckt momentan dann so ein skr 1 4 drin das ist mit einem 32 bit mikrocontroller hier der drucker der hat noch das klassische ram sport das basiert auf arduino ist glaube ich ein at mega 2 5 6 0 oder wie er heißt drauf jedenfalls überschaubare speicher überschaubare rechenleistung ich habe die dumpfe befürchtung so eine matrix berechnung das kriegt der nicht hin dafür hat er nicht genug leistung und ja jetzt auf verdacht board tauschen wäre halt einerseits doch dann der ein oder andere euro der dafür drauf geht das board überhaupt zu besorgen und dann sitzt man mit dem board meistens auch mal ein paar wochen um die ganzen werte reinzukriegen die kalibrierung zu machen die konfiguration sauber zu bekommen das ist also eine menge aufwand ansonsten klar anderes werkzeug ihr habt ja eben gesehen ich habe inzwischen fräser gefunden die ja ein bisschen besser für den job geeignet sind ich habe aber noch was gefunden und zwar das teil hier ja ich würde spontan davon ausgehen dass dieser kleine motor hier ein bisschen besser dafür geeignet ist als ja dieses wahrscheinlich unter 10 euro multifunktions werkzeug was ich im moment dran habe nicht nur dass der motor allein schon schwerer ist als das ding nein hier habe ich auch noch so eine wie heißt überhaupt bohfutter ist es ja nicht also das ding wo man halt die fräser reinschraubt das sieht auch ein bisschen hochwertiger aus und allgemein würde ich davon ausgehen dass hier das ding ein bisschen mehr dampf unter der haube hat das heißt ich werde für den auf jeden fall mir auch mal ein halter machen und mal damit weiter testen aber am ende vom tag naja das board ist gefräst okay zugegeben ich habe hier bei diesem design halt auch eine menge luft gelassen einfach weil ich schon wusste dass ich damit rum experimentieren möchte aber naja es ist auseinander und das war ja jetzt hier quasi mein ziel das heißt also zumindest mal das grundkonzept funktioniert anscheinend und das ganze tut so ein bisschen was es soll so 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 so